Disziplin 4 heute mit Anja Scheer, der laraschischen Spieler. Es geht um Armdrücken. Wir wollten ihre Beine mal so ein bisschen schonen und deshalb haben wir es auch verdient, beziehungsweise sie vor allem, dass wir uns hier hinlegen. Wenn du gewinnst, kriegst du auch du die laraschische Goldmedaille gemalt und unterschrieben. Ja und wenn ich gewinne, irgendetwas, was du beim Rennen getragen hast oder sei es eine Socke, sei es ein Bändchen oder die Startnummer, das wäre cool unterschrieben. Genau, deshalb die Wette gilt. Ich bin dabei. Sehr gut. Schön, cool. Dann legen wir mal los. 1, 2, 1. Ich habe gewonnen. Es geht zu schnell. Oh nein. Oh nein. Bisschen Revanche. Am liebsten möchte ich den Revanche, aber das war so eindeutig, dass glaube ich eine Revanche nicht mal sinnvoll wäre. Ja, es steht jetzt, davor stand es Gleichstand, Athlet vs. Larasch. Und jetzt hat Anja, ja, der Athlet, wieder einen Schritt vorgebracht. Und ja, herzlichen Glückwunsch, du kriegst die Goldmedaille. Danke. Die zweite. Oh Mensch. Zubi. Das kommt von meinem Rudern. Ich kann ja nicht mehr zum Zug kommen. Du ruderst? Ja, beim Laufen rudere ich, wenn ich kaputt bin. Achse. Da war nochmal Energie drin. Das ist wichtig. Bei der Beine. Untertitelung des ZDF, 2020